Und das ist alles, ich weiß, ich weiß, meine Mutter, ich weiß, ich weiß, mein Vater! Okay... Ich bin hier, Daddy, was ich gerade vom Zeichen da gerade entnehmen kann. Und das ist alles, ich weiß, was ich gerade vom Zeichen da gerade entnehmen kann. Und das ist alles, ich weiß, was ich gerade vom Zeichen da gerade entnehmen kann. Oh, ich weiß, was ich gerade tun kann. Oh, ich weiß, was ich gerade tun kann. Mann, fängt ja schon gut an hier. Okay, es ist da runtergefallen, du kommst in meine Richtung. Ich hasse dieses Schleimbabys so sehr. Ganz ehrlich, die sind am schwersten zu treffen. Kommst du runter? So, damit haben wir das All erledigt. Aber ich hätte trotzdem gerne eine Map, wenn es ginge. Ach, Mann. Okay, dann geht's weiter. Wieso ist hier kein Sound mehr? Das heißt nichts Gutes. Gehen wir mal da rein. Okay, kann ich da rein? Das war ein Fehler, dass ich da reingegangen bin. Klonbaby? Klonbaby? Ähm, ich weiß, Klonbaby sagt, äh... Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt da hingehen soll. Gibt's da Leben für mich? Leben? Anscheinend nicht. Nee. Nee. Nee nee. Nee nee. Nee Nee nee. Nee nee nee. Nee nee nee. Ich hab daumen. Hey, komm jetzt. Glück gehabt. Hat mich komplett verarschen. Ich bruch Leben hier. Was ist jetzt bei der Tür? Welcher Weg ist jetzt richtig? Ich bruch eine Map. Okay. So, und wir sehen uns gleich wieder. Ich hab nur kurz was gemacht. Munition baue ich immer. Kann ich mal eine Karte irgendwie bekommen, damit ich irgendwie was kennzeichnen kann? Die steht hundertprozentig auf. Was hab ich gesagt? Das war, die lag schon irgendwie verdächtig auf dem Boden. Okay, dann gehen wir mal auf den anderen Weg mal. Keine Karte, okay. Okay, dann langsam geht es. Ich hab gar keinen Plan, wo ich hingehen soll. Scheiß Teile. Ist das eine Karte? Ah, komm. Ich brauche Leben. 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 Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich ein bisschen weiter bin als jetzt.